so meine diggers und diggerinas hier sind wir wieder zurück zu outlast und wir sollen hier zwei wie heißt das noch hier so 22 rohe nicht zwei rohe soll 22 ventile aufdrehen damit wir das wasser ablassen können jetzt muss ich erstmal gucken Oh no. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, bist du hässlich. Oh, scheiße. Oh nein, ich bin's nicht, ich bin's nicht, wie du suchst. Ich bin's nicht, nein. Oh Gott. Er hat mir... Den Kopf hab' gerissen. Oh Mann. Ich hab' Gänsehaut an den Füßen. An den Knien. An den Beinen. Entschuldigung. Muss ich hier rein? Kann ich hier rein? Er reagiert darauf. Alles klar. Oh, scheiße. Oh nein, er kriegt ihn wieder. Ausweichen, ausweichen. Autsch. Alles klar. Ja, ähm... Oh, diese Musik macht mich verrückt in Outlast. Ehrlich, ich krieg da mal ganz auf, wenn das kommt. Weißt du? Er weiß Bescheid. Scheiße, wie mach' ich das? So, dreht zwei Ventile auf, um das Wasser zu lassen. Ja, schön, aber... Ne, mal. Steht hier irgendwo, wo ich bin? Natürlich nicht. Ich hab... Toll. Female Drain. Da mach' ich's auch noch eins. Ich glaube, es wird das hier sein. Ich muss dann... dahinten hin, quasi. So, ich mach' jetzt jetzt am besten. Nee, mach' jetzt jetzt am besten. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, bist du tatsächlich. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt auch sterbe. Aber ich kann das. So. Jetzt muss ich hier rechts rein. Äh, hier muss ich rein. Warte mal, ich hab' mich gar nicht gehört. Hopp. Mann, ich hab' kaum noch Batterien. Das ist schlecht. So, drücke linke Maus das her. Ich will die mal leise schließen. Geht das? Ja, das ist noch leise. Ich hab' schon irgendwo ne Batterie. Ist hier ne Batterie drin. Die blinken doch immer so schön. Nein, hier ist keine Batterie. Okay. Gut. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Kommt der dicke Mann mit Glatze oder nicht? Ich hoffe ja noch was. Ich bewege mich jetzt hier ein Millimeter weg. Oh, 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 oh. Oh, man. Hat er gerade dann abgeseilt. Das klang so. Ja, geht die Tür auf. Ja, die geht gleich auf. Oh, Mann. Ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Jetzt wäre ich gerade fast auf die Linke Maus rausgekommen, ne? Gut, so ein bisschen warten. Denn so ein bisschen Geduld in solchen Spielen ist nie verkehrt. So. Ich höre ihn immer noch, aber. Ich weiß nicht, soll ich's probieren? Ah, komm. Ich probier's aus. Ich probier's aus. Oh, der riecht halt noch ein bisschen durch. So. Das ist schon gereicht, ne? Ne. Scheiße, das ist genau in die Richtung reingegangen, wo ich hin muss. Ich gehe da durch. Wahrscheinlich nicht. Ja, Batterie, ich weiß. Oh, ich höre ihn wieder. Oh, nein, 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 nein. Nein. Oh, nein, 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 nein. Miep. Oh. Oh, hier ist er getan. Oh, hier ist er getan. Nein. Wieso kommst du zurück? Was mache ich denn jetzt? Da war wirklich nichts, ne? Ich glaube nicht. Nein, das war wirklich ein Gitter. Ganz schwach zu sehen. Ja, ganz, ganz schwach ist es zu sehen. Oh. Fuck, was mache ich denn jetzt? Ja, der hat mich gesehen. Oh, nein, 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 nein. Oh, das ist so eklig. Oh. So. Das gibt es doch nicht. Ich muss also erst nach links oder nach rechts. Blablabla. Ich kann das. Ja, jetzt muss ich hier lang. Er geht runter. Und hier rüber. Zack, 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 zack. Vielleicht schafft es das mal ohne, meine Nachtsicht zu machen. Meine Nachtsicht gerät. Und zu machen. Nein, du nicht so. Ach, egal. Ich weiß auch was so. Passiert schon nichts. Das reicht doch niemals vom Abstand her. Das reicht doch niemals. Der sieht mich doch gleich. Oh, nein. Ja, essig. Alter. Ich werde bekloppt. Das kann doch nicht angehen jetzt. Erst fähre ich in Far Cry. Jetzt fähre ich in Outlast. Meine Freunde, das nimmt merkwürdige Außenmasse an. So. Jetzt nochmal hier rüber. Ganz gediegen hier rüber steppen. Jetzt machen wir hier das Intil klar. Ich schneide die wieder rein. So. Und jetzt heißt es wieder warten auf den Mann in Ketten. Der mir ziemlich unheimlich ist. Und so. Oh. Oh. Oh, 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 oh. So. Ich hab nen Knutschgull heute wieder ab. Und ich steppe hinterher. Natürlich mit... ...gebührenden Metern dazwischen. Da-da... Da-da... Da-da-da-da-da-da-da-da. Sorry. Jetzt haut er noch da hinten ab. Da wo ich hin muss haut er ab. Denk ich doch mal. Wieso kommt er denn jetzt wieder zurück? Fuck. Das kann doch nicht sein. Das ist eine dunkle Ecke, ne? Nein, 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 nein. Ah, er kommt wieder hoch. so die theorie ist jetzt dass man hier nicht sieht doch nicht noch die weiß ich weiß nicht wo ich hin muss links rechts rechts links einfach mein gott die kannst du nicht durch zwängig durch Jetzt fäng ich durch. Deckabas dünn ist. Deckabas dünn ist. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Oh. Okay, alles klar. Nein, 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 nein. Was? Benutzt du die Leiter? Was für eine Leiter? Ist das eine Leiter? Ach, die Leiter, die da hinten war. Da, wo ich hergekommen bin. Alles klar. Ja, na toll. Komm, eine Batterie und so ein Scheiß. Komm schon, Digga. Er ist weg. Kannst du es schaffen. Vielleicht. Boah, der dreht dich krallen. Und ich verziehe mich einfach. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Los, 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 los. Komm, 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 komm. Jetzt hier runter. Wie gehe ich hier runter? Ach, automatisch. So. Und was uns da unten erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Outreiben, das heißt Outlast. Ciao, ciao. Auch. Vielen Dank.